Mensch, seit fast zwei Jahren gibt es den Freestyle Libre 3 in Deutschland und der Tobi hat immer noch kein Video mit Tipps und Tricks. Ich würde sagen, es wird allerhöchste Zeit dafür. Ihr kriegt ein paar Tipps und Tricks und Lifehacks von mir in diesem Video zum Freestyle Libre 3. Viel Spaß! Meine absoluten Geheimtipps kommen erst zum Ende des Videos, denn ich möchte chronologisch vorgehen und dazu gehören auch erstmal ein paar Grundlagentipps. By the way, habt ihr noch irgendwelche tollen Tipps oder Lifehacks, die ich komplett vergessen habe oder gar nicht kenne? Schreibt sie mir unbedingt mal in die Kommentare bitte. Mein Tipp Nummer 1 für euch ist die richtige Stelle finden. Offiziell dürft ihr den Freestyle Libre 3 nur an der Rückseite des Oberarmsarm bringen, hierzu möglichst den Muskel vermeiden und reinjagen bedingen. Doch wie jeder Mensch ist auch jeder Diabetiker anders. Also probiert doch einfach mal andere Stellen aus. Bei mir zum Beispiel funktioniert die Rückseite des Oberarms überhaupt nicht und am liebsten habe ich ihn hier oben, irgendwo zwischen der Seite und hinten. Das funktioniert halt jetzt für mich am besten, aber ihr könnt zum Beispiel auch am Bein den Freestyle Libre 3 anbringen, am Bauch oder an der Hüfte. Probiert euch einfach mal durch, was am besten bei euch funktioniert. Und am Ende findet ihr vielleicht sogar tatsächlich eine super Stelle, auch wenn es nicht die offizielle ist. Mein zweiter Tipp für euch ist, dass ihr euch richtig darauf vorbereitet, den Freestyle Libre 3 zu setzen. Die Stelle, an der ihr den Sensor anbringt, sollte möglichst rasiert sein, denn der Freestyle Libre 3 haftet besser, wenn es eine glatte Haut ist. Ich nehme mich da mal raus, ich bin vielleicht nicht immer rasiert, aber bei mir funktioniert es trotzdem. Zudem sollte die Stelle weder feucht oder nass sein, noch solltet ihr direkt nach dem Sport völlig verschwitzt den Freestyle Libre anbringen. Aber die meisten von euch können sich das ja denken, ansonsten fliegt der Sensor wahrscheinlich gleich nach ein paar Minuten wieder ab. Und benutzt unbedingt Alkoholtücher. Und jetzt kommt der wichtige Punkt dabei, wartet auch nach der Nutzung des Alkoholtüchs ca. 30-40 Sekunden ab, bis die Stelle trocken ist. Denn wie schon erwähnt, sie sollte weder feucht oder nass sein, damit der Freestyle Libre 3 so gut wie möglich haftet. Mein dritter Tipp hat auch mit der Haftung des Freestyle Libre 3 zu tun und zwar über Kleber nutzen. Habt ihr Probleme mit der Klebefestigkeit und der Sensor hält nicht lange bei euch oder fällt relativ schnell ab, dann kauft euch doch Überkleber. Die gibt es mittlerweile überall im Internet für jeden CGM. Eine weitere Variante habe ich von der Ariane in meinem Interview erfahren, das findet ihr übrigens hier oben. Die hatte einen super Tipp und zwar hat die einfach das Ende von einem Socken abgeschnitten und das dann hochgestülpt über den Arm und dann ebenso ihren Sensor gut abgesichert. Wie gut das jetzt funktioniert, weiß ich allerdings nicht, weil ich benutze es nicht. Ich gehöre zu den Typen, bei denen der Sensor 14 Tage lang hält und wirklich danach runtergerissen werden muss. Aber hey, probiert den Tipp gerne mal aus und sagt mir, wie ihr es findet. Mein Tipp Nummer 4 ist die Reklamation. Vergesst nicht, dass ihr Sensoren, an dessen Mängel ihr nicht selbst schuld seid, auch reklamieren könnt. Und das geht mittlerweile sehr, sehr einfach, denn ihr habt nicht nur die Option, es telefonisch zu reklamieren, sondern ihr könnt auch auf der Seite von Freestyle Libre 3 mittlerweile ein Formular ausfüllen, was euch die Reklamation wirklich erleichtert. Den Link zu diesem Formular findet ihr in meiner Bio. Schaut es euch einfach mal an und vergesst nicht, eure fehlerhaften Freestyle Libre 3 zu reklamieren. Und jetzt Achtung, mein absoluter Lieblingstipp, der jetzt kommt, den können Dexcom Nutzer leider nicht ausprobieren. Setzt den Freestyle Libre 3 24 Stunden vorher. Es funktioniert, denn ihr müsst ihn noch nicht scannen, ihr könnt warten, bis der alte abgelaufen ist und könnt dann am nächsten Tag den neuen scannen. Bei Dexcom Nutzern funktioniert es nicht, weil sobald ihr euch den Dexcom in den Arm reingejagt habt, fängt automatisch die Aufwärmphase an, anders als beim Freestyle Libre 3. Aber das Positive ist, dass die Sensorenade des Freestyle Libre 3s ungefähr 24 Stunden braucht, um sich einzupendeln oder man könnte auch sagen, sich aufzuwärmen. Und dann misst er richtig gute Werte, dann gibt es keine Fehlalarme in der Nacht und er funktioniert einfach direkt. Und das ist ein Tipp, den auch viele meiner Zuschauer mittlerweile anwenden und die gesagt haben, wow, Tobi, das ist wirklich so ein super Tipp. Also probiert es mal aus und nochmal ganz kurz zur Erklärung, ihr setzt den Freestyle Libre 3, habt hier auf der Seite jetzt zum Beispiel noch den alten. Ihr macht aber nichts, ihr scannt ihn nicht, null, ihr setzt ihn einfach nur. Scannt ganz normal die 24 Stunden weiter mit dem alten und nach 24 Stunden, wenn der abgelaufen ist, dann scannt ihr einfach den neuen und reißt doch den alten runter. Apropos Fehlalarme, kommen wir zu meinem Tipp Nummer 6. Ein weiterer Grund für eure Fehlalarme und falschen Werte kann die Dehydration sein. Jaja, richtig gehört. Schaut, dass ihr euren Körper immer richtig hydriert habt und genug Wasser getrunken habt. Die Genauigkeit von CGM-Systemen hängt von der Messung der Glucose in der Gewebsflüssigkeit ab. Wenn der Körper also dehydriert ist, kann das die Gewebsflüssigkeit beeinflussen, weshalb es zu Veränderungen der Glucosewerte führen kann. Also vermeidet koffeinhaltige Getränke, vermeidet Alkohol, vermeidet zu salziges oder zu gewürztes Essen und trinkt ausreichend Wasser. Und das ist jetzt nicht nur ein Tipp, damit der CGM besser funktioniert, sondern alle Menschen sollten eigentlich hydriert sein. Und vor allem Diabetiker sollten darauf achten, genug Wasser getrunken zu haben. Mein letzter Tipp, mein Tipp Nummer 7 ist, stellt eure Alarme richtig ein. Ich empfehle euch einen Unterzucker-Alarm von 75. Und wieso? Denn seid ihr über dem 75, ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu penibel. Falls ihr einen Unterzucker bzw. der Alarm ertönt bei 75, habt ihr ausreichend Zeit, um Zucker zu euch zu nehmen. Für den Überzucker würde ich einen Alarm von 250 einstellen. Viele sagen jetzt, okay, der ist vielleicht zu hoch, aber ich sage euch zwei Gründe, wieso 250 genau richtig ist. Zum einen ist es nichts Ungewöhnliches, wenn ihr nach dem Essen mal eine kurze Spitze habt, die irgendwie bei 220, 230 ist. Stellt euch vor, da ertönt jetzt schon der Alarm und ihr korrigiert gleich. Danach fallt ihr wahrscheinlich in den Unterzucker. Zum anderen solltet ihr nicht zu streng zu euch selber sein und euch von diesem Alarm beeinflussen lassen, wie ich es ja gerade eben auch schon so ein bisschen gesagt habe. Zeit ein bisschen lockerer. Ihr habt euren Diabetes euer ganzes Leben lang. Schaut damit ihr damit ruhig und nicht allzu streng umgeht. Und das beeinflusst euch so weit, dass ihr ein besseres körperliches Gefühl habt und es geht auch nicht so krass auf die Psyche. Haben euch meine Tipps und Tricks und Lifehacks gefallen, dann lasst mir unbedingt ein Like da und abonniert mich auch gerne. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ciao. transitioned ins